hey leute und herzlich willkommen zu den zweiten teil visage ja heute machen wir da weiter wo wir gestern aufgeholt haben und ja hier mit wünsch sagen viel spaß mit dem video ja da weiter ja so hier sind wir wieder wo gehen wir jetzt was stehlos okay 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 Was ist das? Was ist Matthias? Nein. Okay. Hm. Was ist das zur Hölle? Okay. Okay. Das ist auch der Keller. Mit dem Schlüssel kannst du die Tür nicht öffnen. Okay. Aber das ist doch der Keller Schlüssel, oder? Oder nicht? Ein Moment, vielleicht für die andere Tür. Hinweis, vermeide es zu lange im Dunkeln zu stehen. Okay. Versuche es. Ah. Sehr gut. Feuer gefunden. Oh, Mann. Oh, Mann. Kerze, wie es geht. Äh. Hallo? Ah. Sehr schön. Ich hatte gestern eine Kerze gefunden. Wo war die? Anstieg gefunden. Bier. Bier. Ah. Ja. Hallo? Ne. Hallo? Unter suchen. Hey. Hier ist nix dran. Hehe. He. Und ich sage, ey, komm. Gut, jetzt habe ich Tablet in der Hand. Okay. Auch eine Kerze. Hier ist nichts mehr gewesen. Nein, ich muss in den Keller. Äh, Grubin. Ja, auch. Ich stand gestern nicht hier, oder? Ach, ich habe keine Ahnung, Leute. Du kannst den nicht verwenden. Herein. Herein. Wer ist denn da? Wer will und wer hat noch nichts? Moment. Überleg dich die. Ach. Scheiß Bier. Hier. Gegenstand verwenden. Scheiß Bier. Ja, verpiss dich. Du kannst hier nicht verwenden. Ja, schön. Schön. Mir egal. Ich brauche das nicht. Wo legst du das hin? Nein. Hallo? Hä? Scheiß Dose. Lege ich die Scheiß. Wo geht die Dose hin? Hey. Kumpel. Ist nicht lustig. Licht. Weiß er. Weiß er. Weiß er, du böser Dämon. Hier. Ich brauche das hin. Vielen Dank.